Hallo lieber Süscherit, das ist dein Applaus. Hier stehen hunderte, tausende von Wienern, die auf dich gewartet haben und die dich gerne hier live hätten, aber auch akzeptieren können, dass du nicht kommen konntest, aber sich jetzt freuen, dass wir dich zugeschaltet haben. Vielen Dank für dein Wirken und die Wiener freuen sich auf dich. Liebe Wiener, liebe Freunde, liebe gute Mitbürger und Mitbürgerinnen natürlich. Mir ist nicht zum Lachen, nach Lachen zum Mutter. Mir ist es alles so todernst geworden und was ich heute zu euch sage, sind nicht Worte der Aufmunterung, sondern Worte...